mhm wohl aus Angesgeschwindigkeit ok wie lange spielst du schon ok cool ich meine, ich habe verbessert den Ball singen ja zwar zum Leben braucht man die Buffs nicht unbedingt aber erst mal unterstützen ich habe Paul Alfred seine Level-Skillern ok 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 ich lege wieder alles ab ja nein irgendwie habe ich jetzt keinen Punkt zu treffen so und dann bin ich immer wieder erstes Ziel und so das nervt ein bisschen ok das Ausziehen hilft mich genau mal schauen, denn viele dort sind die mich ein bisschen unterstützen und so dann treu ich ein bisschen die sind in der Borg Das würde ich am liebsten nennen Jäger. Ja, das war die Burgmau. Das war die Burgmau. Ich will ein Foto machen. Ja, toll. Ich kann wieder mal nichts sehen. Die Wächter, die machen einfach mal nichts. Ja, ich will aber zeigen. Ich höre es einfach mal. Gute Verstecke hier. Ich bin einfach mal in der Gäge. Was war das? Ich bin einfach mal in der Gäge. Ich bin einfach mal in der Gäge. Ich bin einfach mal in der Gäge. Und jetzt? Ich bin einfach mal in der Gäge. Es ist niemand da. Ich kann nicht trollen. Da hat irgendwie Angst. Und jetzt? Ja mach dich mal bereit. Boah, da ist größer als ich. Okay, jetzt ist wieder einer gestorben. Aha, jetzt beginnt der Kampf. Aber der hat einfach mal alle. Killt einfach mal alle. Das sind wahrscheinlich sehr schwache. Wie gross sind die? Ohohohoho. Fett. Das ist unmöglich. Die Stall ist kaputt gegangen. Fett. Ohohoho. Nein, mich hat niemand gesehen. Mich hat doch niemand gesehen. Skywalker blieb er. Ich überlebe den Kampf. Nein, also ich bin weg. Der ist aufkam. Ja, Trolli. Hey, ich bin überlebt. Hallo. Hey, lasst mich doch leben. Ich trolle ja nur. Ja, ich kann sie nicht einsetzen. Oh je. Das ist ja so wichtig für das Reich. Oh je, die Syrten sind einfach nur die blödsten Kasper. Das hatte ich in Alcius nie. Die haben mich in Frieden gelassen, als ich sie hatte. Aber nein. Die müssen ja die Reichspunkte bekommen, damit sie die bössten Rüstungen bekommen. Ja, Trolltwerker. Habt ihr schon mal gesehen, wie teuer die sind? Nein. Also, wieso kriegt ihr Unschuldige? Ich weiß nicht, wo das Portal hinführt, aber sicher nicht das Richtige. Wahrscheinlich direkt nach Syrtis. Oh, Alcius ist halt immer in der Nacht online und nie, wenn man sie braucht. Ich weiß nicht, ob es eine Wasserflucht ist. Langweilig. Trellebox Verwerfung. Ist eine Verwerfung nicht eine Wasserschlucht? Oder ist es auch eine Schlucht auf dem Land? Verstehe ich jetzt nicht. So wird das nichts. Die sind immer nur morgens. So wird das nichts. Die meisten sind eh nur morgens. Ich mache mir bald ein Der dann immer schön zeigt, was man macht Keine Ahnung, das bespreche ich dann mit den Gründern Einmal noch nicht Stück Seht mal den Unterschied zwischen denen und die am Vor Was ist so ein gigantischer Unterschied? Die sind mindestens fünfmal so groß Vor allem der Anführer, aber den haben wir leider nicht gesehen Wollte ihn ja schauen, aber eben, man Was ist so schön? Was ist so schön?